Hallo, mein Name ist Michael Konermann und ich treffe heute Roland Müller. Roland Müller wurde beim 1. FC Köln zum Torwart ausgebildet, hat beim MSV Duisburg gespielt, Serviette Genf und ist dann auf die Philippinen gewechselt. Aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft hat Roland sogar in der philippinischen Nationalmannschaft gespielt. Viel Spaß beim Interview. Roland, cool, dass du die Zeit gefunden hast. Vielen Dank. Erste Frage, wie ist es für dich hier an deinem Ursprungsort zu sein von der Schule, wo du deine Bürokaufmanns-Ausbildung abgeschlossen hast? Und da warst du gerade auf der Schnittstelle U23, 1. FC Köln. Und ich erinnere mich daran, wie du gesagt hast, ich werde Trainingsweltmeister. Trainingsweltmeister genügt mir. Naja, und jetzt stehe ich hier mit jemandem, der ist Zweitligaspieler gewesen, Serviette Genf, beim renommierten Schweizer Klub gespielt, philippinische Nationalmannschaft gespielt, korrigiere mich, philippinischer Meister dreimal, Pokalsieger Philippinen, also vor Qualifikation gespielt mit den Philippinen für die WM, U23 Nationalmannschaft Philippinen gespielt, also super Karriere. Wie ist das für dich jetzt zurückzukommen nach zehn Jahren an so einen Ort, wo echt so ein Schnitt für dich war? Wie geht es weiter? Es ist immer auf jeden Fall schön, nach Köln erstmal generell zu kommen, weil das wirklich meine Heimat ist. Hier bin ich aufgewachsen, hier 13 Jahre beim FC gespielt, das Fundament erstellt und durch einen harten Weg gegangen. Wer den FC kennt, weiß, dass da nur die Besten in der Umgebung sind und man wird dann natürlich gefördert von den besten Trainern. Und ja, umso länger du dort bist, weiß man auch, dass du einen harten Weg durchgegangen bist, weil jährlich wird da aussortiert und nur die Besten behalten und ja, da kämpft man sich so ein bisschen durch. Auf jeden Fall meine letzte Schulzeit, das muss jetzt auch, ich glaube 2010 war das das letzte Mal hier. Ja. Da habe ich, glaube ich, den Abschluss gemacht und ja, sind ja auch jetzt elf Jahre her. Also die Zeit ist auf jeden Fall so schnell vergangen. Wahnsinn. Zurückblickend. Ja, ist auf jeden Fall schön. Ich komme gerne immer zur Schule, weil da hat man natürlich auch Verbindungen, die einen prägen, natürlich mit den Klassenarbeiten, mit den Klassenkameraden, mit den Lehrern. Das verbindet natürlich. Und ich glaube, in der Schulzeit nimmt man das nicht so wahr, wie gut es einem eigentlich geht. Man bekommt viel Wissen auf den Weg. Man ist vormittags dort und kann dann dennoch Vollzeit Profi. Da war ich ja schon Amateure. Das sehe ich immer so schon. Wir machen nichts anders als die Profis, kommen nur weniger Geld. Das ist natürlich da der Sprung, ob man es schafft oder nicht. Und ja, ich verbinde nur Gutes. Die drei Jahre hier auch auf jeden Fall in der Bürokaufmann-Ausbildung ging ziemlich schnell vorbei. Roland, wenn wir mal zurückdenken, du hast ja damals deine Bürokaufmann-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Und ich erinnere mich an die Gruppe, die anfing mit mehreren Jugendlichen aus der A-Jugend. Du warst U23. Und als ich euch kennengelernt habe, da war die klare Ansage, dass wir Fußballprofi werden. Das ist keine Frage. Und jetzt sieht man das über transfermarkt.de. Kann ich googeln, das ist Regionalliga noch das Höchste. Und die anderen sind verstreut über andere Mannschaften, teilweise fünfte Liga, sechste Liga. Und das waren ja ambitionierte Jugendliche. Die Stammspieler waren in der A-Jugend, wo man sagt, boah, die waren einfach saugut. Wie erklärst du dir das, dass das von denen keiner geschafft hat? Das ist natürlich so ein Phänomen, das ist immer schwer zu erklären. Das ist so eine Kompetente, da gehört viel dazu. Nicht nur das Können am Ball, sondern auch im Kopf ein bisschen. Man sollte schon immer respektvoll sein. Das ist meine Meinung. Nicht, dass die anderen nicht respektvoll sind, aber vielleicht hat der eine Prozent dann gefehlt. Oder was ich auch sehe, ist halt Glück und der richtige Zeitpunkt muss natürlich vorhanden auch sein, um den Sprung dann wirklich zu schaffen. Ob der Trainer auf dich steht, ob der Präsident auf dich steht, ob der dich haben will, ob die überhaupt einen Torwart in der jetzigen Situation brauchen. Das sind alles so Faktoren, die dazu beitragen, ob man den Sprung wirklich schafft oder nicht. Das heißt nicht, dass du in der U23 spielst beim FC. Natürlich da bist du schon bei der Elite, dass du wirklich dann auch Profi wärst. Sonst hätten wir so viele Profis wie Sand am Meer. Du hast gerade gesagt, Glück gehört dazu. Wir haben ja schon mal vorher telefoniert und da hattest du ja gesagt, dass der Fußballgott, wenn es den gibt, dann war er auf deiner Seite. Und ich glaube ja, dass da noch mehr dazu gehört, außer der Fußballgott. Du warst ja, wie ich dich als Schüler kennengelernt habe, ist ja eine andere Situation als Spieler. Aber die, die es nicht geschafft haben, fällt mir auf, dass es oft auch daran liegt, dass die für die herausfordernd ist, sich in eine Gruppe zu integrieren oder mit überhöhten Erwartungen, vor allem im Fußballerischen, dann an ihr Ziel formulieren und vielleicht auch nicht geduldig genug sind. Welcher Faktor würde es dem der Komponente Geduld zuschreiben? Für mich, wenn man so eine Karriere verfolgt und man sieht, dass die Spieler nur ein halbes Jahr dort sind, ist es für mich kein gutes Zeichen. Also wie du schon sagst, haben die sich nicht so wirklich integriert in die Truppe, mit dem Trainer, mit dem Trainerstab vielleicht nicht klargekommen und ist immer so, so sehe ich so ein bisschen kritisch. Aber was du schon sagst, da gebe ich dir vollkommen recht, Geduld ist das A und O im Fußball, speziell in der Jugend. Geduld, das heißt jetzt, hieß auch nicht, dass ich jedes Spiel gespielt habe. Ich musste, vielleicht saß ich eine ganze Saison in der Jugend auf der Bank. Wer mich kennt, natürlich bin ich nicht der größte Torwart, deshalb musste ich immer hinten anstehen. Und eine Saison wollten die mich eigentlich nicht übernehmen, aber doch der Trainerstab, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer sich für mich eingebracht hat, der hat gesagt, dann solltest du eine Jugend tiefer spielen. Das war C-Jugend. Ah, C-Jugend, war früh, okay. Ja, das war dieser Schnitt. Und für mich Geduld ist das A und O. Und das ist so ein bisschen auch für mich das Rezept für den späteren Erfolg. Wie bist du damit umgegangen, wenn ich mal die Möglichkeit hatte, mit Verantwortlichen vom 1. FC Köln zu sprechen, welche Chancen euch eingeräumt werden? Da wurde immer gesagt, Roland Müller, super Torwart, zu klein. Spannweite reicht nicht aus. Wurde das so vermittelt oder wurde auch gesagt, wurde unterstützt, wurde auch positiv darauf eingegangen, dass man sagt, du musst da und daran arbeiten. Wachsen kannst du nicht, das ist klar. Aber wird man dann emotional gefördert oder wird man abgeschrieben, dass man sagt, eigentlich super, aber du bist so klein, kannst vergessen. Wie ist der Umgang mit einem Jugendlichen in dem Moment? Ich glaube, du bist also wirklich in diesem Tunnel drin. Du machst einfach, du funktionierst schon wirklich mit zehn Jahren, elf Jahren bist du da in dieser Schiene drin. Da bin ich zum Training und zur Schule gegangen. Da habe ich einfach nur funktioniert. Dahinter fragt man nicht so viel. Ich glaube, die Förderung ist einfach, dass du spielst und dass sie dich behalten. Das ist die Förderung. Keiner spricht mit dir eins zu eins und sagt, du bist zu klein. Vielleicht wäre das dann das letzte Gespräch. Aber das Zeichen dafür, dass die mich 13 Jahre beibehalten haben, war immer die größte Förderung. Also hatte ich schon irgendwas, was die Größe ausgeglichen hat. Ich weiß meine Stärken auf der Linie. Ich weiß meine Stärken am Fuß. Sogar bei Flanken, würde ich sagen, bin ich um einiges besser als manche anderer. Weil auch dort sehe ich, da gehören auch mehrere Kompetenten zusammen, wie zum Beispiel das Timing, die Sprungkraft und den Willen, den Ball zu bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass du zwei Meter bist, dass du jede Flanke abhängst. Okay. Wenn ich dann bei dir in der Mannschaft bin und ich kenne meine Stärken, rätst du mir, an meinen Stärken zu arbeiten, um das noch zu perfektionieren? Oder sagst du, sieh mal zu, dass du den Linken nicht nur zum Stehen hast, sondern auch deine Schwächen ausgleichst? Wo würdest du deine Prioritäten setzen, wenn ich mein Training aufbaue? Also wie schon am Anfang gesagt, beim FC hast du schon die besten Trainer. Wir haben jetzt nie so wirklich an meiner Schwäche trainiert, sondern einfach im Allgemeinen. Und vielleicht haben wir es so kaschiert, dass ich dennoch vielleicht meine Fehler doch so ein bisschen korrigieren konnte. Aber wie du schon sagst, die Größe kann man, da wird es schwer zu trainieren. Und du hast ja die Lügen gestraft, die gesagt haben, dass es nicht geht mit der Größe. Ist ja Fakt. Das war auch der größte Anspruch, so ein bisschen innerlich, vielleicht so jetzt zurückblickend, dass ich viele verstummen ließ. Und von den Eltern bis hin zu Coaches, Co-Trainer oder Torwart-Trainern, man kann keinem, jedem alles recht machen. Und dir gefällt mein Style oder nicht. Und das ist so auch, was du auch mit deinem Alter so ein bisschen lernst. Du sollst nicht auf alle hören oder du sollst einfach das durchziehen, wo du denkst, du bist gut drin und dann mach es auch. Du warst dann beim 1. FC Köln in der U23. Weißt du, wer da noch Trainer war bei den Profis? Also Christoph Daum hat mich so ein bisschen gefördert, muss ich sagen. Und auf welche Art und Weise hast du die Förderung wahrgenommen von Christoph Daum? Ist ja auch ein renommierter Trainer. Genau. Also in dem Sinne, dass der vier Torhüter brauchte und ich meine Erfahrung alleine dann im Profi-Bereich sammeln konnte. Und nur diese Förderung, der kam jetzt nicht zu mir und hat gesagt, ey Roland, gefällt mir, was ich sehe. Hast du noch mehrere Profi-Trainer kennengelernt? War Duisburg noch Trainer? Oliver Reck war wahrscheinlich Torwart-Trainer, oder? Ist dann zum Trainer auch dann Interims geworden. Dann hatten wir zu Anfang Milan Sasic, das ist 2010 zum Beispiel. Duisburg ist mein unvergessenes Jahr, war ein dritter Torwart, habe nie gespielt, aber die Atmosphäre hat einfach gestimmt. Und die Kirsche auf dem Eis war natürlich 2010 dann im Finale gegen Schalke, haben wir natürlich verloren. Aber ja, wir konnten feiern wie die Weltmeister, weil der Schritt dort bis dahin war schon phänomenal. Ich war im Stadion, als Fan von einem Freund. Ja, ein Freund von mir ist Schalke-Fan. Und da waren wir im Stadion gegen Duisburg. War das 5-1 sowas? 5-1. Das war das Spiel, wo Neuer danach nach Bayern gegangen ist. Und es ging darum, die Fans hatten ja so einen Hals auf Neuer. Und dann weiß ich noch, dass es darum ging, wie kann man Neuer in die Kurve schicken, ohne dass er gnadenlos ausgriffen wird. Dann haben die den Schachzug gewählt, ihn mit Raul in die Kurve, weil Raul wird nicht ausgriffen. Dann haben die mit Raul und Neuer zusammen die Kurve und haben sich hochheben lassen. Und dadurch ist Neuer den Pfiffen entgangen. Ja, das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Berlin, Olympiastadion, Pokalfinale, wusste ich gar nicht. Philippinischer Meister, Pokalsieger, Pokalfinale, Aufstieg mit der zweiten Mannschaft, den Sprung zu den Profis mit Training. Dann weiß ich aber auch, dass in deiner Zeit, wundert man sich, du bist Bürokaufmann geworden. Aber wenn du da gespielt hast, sind die Vereine pleite gegangen. Ja, definitiv. MSV Duisburg ist insolvent, während du da gespielt hast. Dann Genf ist insolvent gegangen. Und der Klub jetzt in Philippinen hat auch einfach gesagt, tschüss. Ach, das wusste ich gar nicht. Das sind ja auch Karriereknicke dahingehend, dass man sich neu orientieren muss, oder? Ich weiß nicht, wie die Vertragslage ist. Das war dann ein Zwangsabstieg in die dritte Liga mit Duisburg? Ja. Und mit Genf? Mit Genf war das dasselbe. Okay. Und wie war das dann in der Situation? Ich meine, hast du dann Zukunftsangst oder standen die Berater Schlange und sagen, Roland Müller kommt zu uns? Wie ist die Situation damit? Wie gehst du damit um? Ja, da sind natürlich, generell, wenn der Vertrag ausläuft, macht man sich natürlich Gedanken, schon so dann im Dezember. Im besten Falle kloppt dann schon ein Verein an. War nie der Fall bei mir, muss ich sagen. Schlange standen die Jäger hinten nie. Da hatte ich immer einen. Dann habe ich halt länderweise Berater bekommen, die dann geschaut haben. Aber für mich sind, die kann man alle in eine Box werfen. Da sollte man auch nicht drauf hören. Wenn du gut bist, ist es leicht für einen Berater. Wenn du schlecht bist, da muss der Berater zeigen, wie gut er ist. Okay. Ich muss eigentlich persönlich sagen, nie so wirklich hat ein Berater für mich einen Verein gefunden. Ich hatte mit Glück, kam ich nach Duisburg durch Frank Schäfer, auch ein großer Trainer, dem ich vieles verdanke. Ich bin für meine ersten Erfahrungen im Profifußball-Amateurbereich. Das war ein großer Förderer. Er ist jetzt auch ganz aktiv in der Jugend bei Düsseldorf. Genau. Und er hat was gesehen, was manche nicht gesehen haben. Und dafür bin ich für immer dankbar. Und die Leute, für die ich dankbar bin, die kann man an der Hand abzählen. Ja, man hat ja im Erfolg ganz viele Freunde. Und alle klopfen einem auf die Schulter. Wie kannst du denn da den Weg finden, zu sagen, wer steht wirklich zu mir, auch in der Niederlage? Und wer ist nur einer, der sich freut, weil er jetzt Roland Müller kennt, der auch auf Facebook tausende Freunde hat? Ja, natürlich mit den sozialen Medien ist es ziemlich gefährlich, da die Freunde zu finden. Mein Freundeskreis ist ziemlich überschaubar. Da habe ich karriereweise vielleicht auch eine Handvoll Freunde, die ich wirklich als Freunde bezeichne. Die anderen sind Bekannten, mit denen ich Fußball gespielt habe oder Freunde aus der Jugend. Ja, okay. Hattest du mal Zukunftsangst, dass du sagst, okay, jetzt bin ich an der Schnittstelle, vielleicht altersbedingt oder aufgrund der Vereinsaufstellung, wie gesagt, Insolvenz oder Vereinswechsel, der Anstand, wo du sagst, jetzt geht es kritisch für mich? Definitiv. Wie angesprochen habe ich gesagt, nach jedem Vertrag, ich glaube, mein längster Vertrag sind immer zwei Jahre gewesen. Ja. Und danach, Angst ist so ein Wort, Zukunftsangst, Planungsangst ist da, aber man hat immer das Gefühl, dass man eine Lösung findet, weil man irgendwie auf seine Qualität weiß, dass es noch weitergeht. Jetzt ist so ein bisschen die Schnittstelle, wo ich auch überlege, was nach dem Fußball. Ich war, im Gegensatz zu anderen, ziemlich immer realitätsnah und ich wusste eigentlich immer einen Plan B. Okay, das unterscheidet dich, kann ich mir vorstellen, von vielen, oder? Von sehr vielen. Ich würde sogar prozentual sagen 90 Prozent. Es ist ja auch schwierig in dem Umfeld, in dem ich groß werde, jeder Mensch lebt ja in einem bestimmten Umfeld. Du bist ja nur Umfeldfußballer. Da ist es oft so, dass für die kurze Zeit vielleicht auch relativ viel Geld verdient wird. Und wenn ich viel Geld zur Verfügung habe, als junger Mensch, ist es für mich auch nachvollziehbar, dass man aufgrund von Statussymbolen sich vielleicht definiert und das erst mit dem fortgeschrittenen Alter merkt, das ist eigentlich gar nicht mein Leben. Und wenn du sagst, du hast es ganz gut geschafft, den Plan B oder den Parallelweg zu verfolgen, wie wird man denn im Fußball behandelt oder wird das akzeptiert, wenn man sich ein bisschen anders orientiert oder ist man da auch schnell ein Außenseiter? Ja, natürlich ist es so ein bisschen die Gefahr, wenn man gerade jugendlich ist, geht man, ich konnte in den Urlaub fliegen, wann ich wollte oder wohin ich wollte, im Gegensatz zu den anderen, wenn ich, deshalb fand ich es immer gut, die Jugendfreunde beizubehalten, was die Realität ist, dass man nicht so ein bisschen, dass man auch hört, was die Realität ist, auch von meinem Bruder, welche Gehälter man verdient. Und dass man halt natürlich für den Urlaub spart, kannte ich in diesem Moment nicht. Da haben wir gesagt, ja, es gibt die Sommerpause, ja, wohin? Ja gut, ja, ist ja auch schön, ist ja auch ein Privileg. Das habe ich auch immer sehr, sehr genossen und das habe ich auch immer sehr gerne wahrgenommen. Autos, das ist für mich noch nie ein Statussymbol gewesen. In Duisburg weiß ich noch, dass ich mit meinem alten Polo angekommen bin. Der Sticker mit dem FC hinten drauf hat sich natürlich auch dann über die Jahre ein bisschen geändert. Aber, ja, da bin ich noch so ein bisschen oldschool, dass ich mich da nicht über ein Auto definiere. Statussymbol ist ja auch immer unterschiedlich. Ich habe auch ein Statussymbol. Hast du mir mal geschenkt? Ja. Habe ich natürlich noch, ne? Wow. Weißt du noch, welches das ist? Sehr gut. Das ist hier, ne? Klar, Problem ist, Roland, wenn ich Müller hinten drauf habe, dann denken die meisten erst mal an den Stürmer. Aber gut, das korrigiere ich. Damit bin ich auch schon Marathon gelaufen, alles. Also mein Müller-T-Shirt, das trage ich. Ja, sehr gut. Da hängen wir mal hier so schön drüber. Du Müller mit Nummer 1. Hast du mir damals netterweise geschenkt, als du bei Duisburg warst. Da habe ich zufälligerweise, soll ich das jetzt geben? Ja, gerne. Zufälligerweise habe ich dann auch mehr ein Update. Also hier auch ein Müller, immer noch Müller. Stark. Aber das von Cerdas Negos ist halt mein philippinischer Klub gewesen, der von unten bis nach oben hochgegangen ist. Jetzt haben wir uns eigentlich einen Namen gemacht. Und jetzt haben wir alles AFC, AFC ist so ein bisschen der UEFA Cup in Asien. Letztes Jahr haben wir noch die Champions League Qualifikation gespielt. Das ist ein Champions League Trikot in Tokio. Hey, mega. Vielen Dank. Das werde ich mit Stolz tragen. Ich finde das super. Vielen, vielen Dank. Sehr nett. Dann hatte ich so viel Zeit auf den Philippinen, dass ich meine eigenen Handschuhe auch gemacht habe. Eigene Handschuhmarke. Ja, eigene Handschuhmarke. Und wie läuft das Geschäft? Ja, ist noch in den Startwerchern. Auf den Philippinen konnte ich es echt gut verkaufen, muss ich sagen. Ich bin jetzt 45, bestes Torwartalter, oder? Ja, ja, ja. Wie heißt die Marke? Rolandor. Rolandor. Das ist ein Bordspiel mit R1. Heißt Gold auf Französisch. Auf jeden Fall mehr wert als C7. Das ist unser Ziel. Vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Du sprichst an Philippinen, ne? Deine Mutter ist Philippinen, richtig? Ja, genau. Und damit hast du zwei Staatsbürgerschaften, oder wie war das dann? Ich bin Philippinen. Ich habe beide. Ja, beide Staatsbürgerschaften. Und korrigiere mich, wenn du das falsch sage. Ich habe in Erinnerung, dass du damals schon angesprochen wurdest von den Philippinen. Aber ich glaube, da war noch das Problem der Reisekosten auch, oder? Genau, genau. Das, dass die gesagt haben, dass ich erst mal in die Vorkasse gehen sollte. Und da habe ich schon von Stefan Schröck so ein bisschen mitbekommen, dass ich das nicht machen sollte. Ah ja. Ja, aber das hat sich alles gelegt. Das sind alles jetzt Professionelle, wie man in den Philippinen sein kann. Nee, genau. Aber die Kosten haben alle übernommen. Hotels waren tipptopp. Da konnte ich mich nie beschweren. Und wenn ich natürlich auf die Philippinen so ein bisschen einlässe, weißt du, dass da nicht alles in Ordnung geht. Dass man ein bisschen einstecken muss, aber das bringt dich auch zum Lachen. Und deshalb machst du das auch. Ich bereue keine Sekunde mit der philippinischen Nationalmannschaft. Oder ich habe jetzt auch vier Jahre in Manila gewohnt. Ich habe sogar meine Frau und mein Kind mitgenommen. Ich würde sagen, mein Verdienst für die harten Jahre, die ich trainiert habe, konnte ich dann auf den Philippinen mich schön den Fußball auch genießen. Ja, super. Darauf möchte ich auch hinaus, dass du sagst, du hast die Fußballausbildung in Köln genossen, bist dann MSV Duisburg. Sieben Zweitligaspiele? Sieben. Genau. Auch da ist ja immer eine gewisse Suffisanz spielte da mit, wenn die Kommentatoren in der Sportschau gesagt haben, Duisburgs einziger Nationalspieler, Roland Müller, der bei den Philippinen spielt. Kannst du mal erzählen, wie das ist, der Kulturschock vielleicht schon? Weil ich habe Erinnerung, dass du auch nicht in den jugendlichen Jahren warst, glaube ich, nie in den Philippinen, oder? Das erste Mal war ich 2011 mit meiner Mutter, bin ich hingeflogen, habe mir auch den Pass machen lassen und dann konnte ich für die Nationalmannschaft spielen. Ich glaube 2011, Oktober, war mein Debüt in Taiwan. Da war so ein Turnier mit Hongkong, Taiwan und Makao. Wir sind dann nur Zweiter geworden, aber das war auch schon so ein großer Erfolg. Dann haben wir halt auch Turniere auf den Malediven gespielt, wo du gegen Afghanistan spielst. Das war eine Qualifikation für die Asienmeisterschaft 2015. Also 2015 die Qualifikation auf den Malediven und dann war dann Asien wahrscheinlich 2016. Und ein Riesenturnier, werde das nie vergessen, schon das Ambiente auf den Malediven, wenn du bist auf der Insel und fährst dann mit den Schippen zu Male und spielst dein Spiel da. Ja, beste Zeit, würde ich einfach sagen. Und mit dem Lachen, wirklich mit einem großen Lächeln schaue ich gerne zurück. Du bist ja ein echter Straßenhund, ne? Askal? Askal ist richtig, ne? Die philippinische Nationalmannschaft wird Askal genannt, oder nennen sich die Askals, weil in den Philippinen viele Straßenhunde sind und dann dieses Durchbeißen, oder woher kommt das? Ich denke mal, es kommt gut hin. Und das war wirklich, ja, ich glaube, das ist eine gute Metapher dafür, dass es für die kämpferische Leistung steht, dass die sich durchbeißen, auch durch harte Zeiten. Viel Armut, glaube ich, auch. Leid auch unter Naturkatastrophen zum Teil. Ja, traurische, verbalen. Ja, und haben die Menschen oft andere Probleme als wir. Und wenn ich so Jugendliche in ihrer Fußballausbildung beobachte, dann merke ich oft, dass der Anspruch sehr hoch ist. Und gerade beim 1. FC Köln ist, glaube ich, ein großes Angebot an Betreuung. Ich glaube, da gibt es wenig zu bemängeln. Wusstest du das in Jugendjahren zu schätzen, was du in der Ausbildung beim 1. FC Köln genießt? Oder war das eine Selbstverständlichkeit? Und wie war das, ist es für dich rückblickend, das zu sehen, wenn du siehst, was in einem Land wie Philippinen, ich gehe davon aus, dass die Jugendförderung im Fußball eine andere ist? Ja, definitiv. Ja, ich habe, seitdem ich 10 bin, beim FC gespielt. Wo warst du als allererst? Was war dein 1. FC Köln? Ach, du bist mit 10 angefangen erst? Also ich habe quasi von Altersjahren eher angefangen als du? Ja, ja, ziemlich spät habe ich angefangen. Aber der Rainer Kubin, der jetzt auch noch in der Geschäftsleitung ist, der hat gesagt, es ist ein Diamant, der auch geschliffen werden muss. Stark. Also auch ein Profi, was ich meine. Ich wollte sagen, da hat er ja ein gutes Auge natürlich. Ja, wenn man das alles vorgelegt bekommt, sieht man das schon so ein bisschen als selbstverständlich. Aber das lässt schon allein schon meinen Charakter nicht zu, dass ich herabwertend zu den Betreuern wäre. Oder ich war immer sehr dankbar für alles. Vom Kuchen in der Kabine vor dem Spiel, der Marmorkuchen, den ich sehr vermisst habe, auch in den Philippinenzeiten. Oder das Getränk, was warm gemacht worden ist, wenn es kalt war. Aber die Decke auf der Ersatzbank, das sind so Kleinigkeiten, die man wertschätzt, aber in dem Moment vielleicht doch dennoch nicht sieht. Okay, ja. Wie du schon angefangen hast, das sieht man erst zurückblickend, wenn man es halt nicht mehr hat. Ja. Die Decke im Winter ist auf den Philippinen sowieso nicht vorhanden. Ja. Aber, ja, aber das hatte ich noch in Duisburg, diesen Luxus, aber dann kam Servet Genf, da musstest du deine Schuhe selber putzen. Zum Beispiel. Interessant, ja. So was zum Beispiel. Das sind Kleinigkeiten, wo du dann siehst, du musst dich wieder erden, klarkommen in deinem Kopf. Doch, das sind jetzt Kleinigkeiten, wo jeder jetzt eigentlich den Kopf schüttelt, aber die Busse sind vielleicht da nicht auf dem höchsten Stand, wie bei Duisburg oder Köln, wo du da die Lehne hochfährst, den Tisch hochfährst und dann die Füße hochlegst. Gibt es Erfahrungen, wo du sagst, darauf hätte ich echt gerne verzichtet? Ja, vielleicht nur, da war ein ausschlaggebender Punkt, vielleicht die Flanke gegen 1860, wenn ich die festgehalten hätte, da gab es so ein Wendepunkt. Das war für mich dieser Wendepunkt, wo ich sagen würde, aber das ist Kritik an mir. Und wie war das Spiel ausgegangen? 2-1 verloren. Und da hast du Flanke durchrutschen lassen und dann hast du noch was nicht mehr gespielt? Ja, das war so, dass in Duisburg, da kam der Rujanic, Rujanic, Kostar Rujanic, zu Duisburg und war gar kein Fan von mir. Gar kein Fan. Null. Er hatte mich auch spüren lassen, er hat gar nicht mit mir geredet, noch nicht mal einen Augenkontakt. Und dann hat sich der erste Torwart, Felix Wittwald, verletzt und dann musste ich spielen. Ob er wollte oder nicht. Aber dann habe ich wirklich meine Sache sehr, sehr gut gemacht. Ich habe mal Interviews noch gehört auf YouTube, da wurde noch mal gesagt, Roland Müller hält uns da den Kasten sauber und wir sind dankbar, wir haben uns gerade unterstützt und alles. Das war ja über... Ja, war so eine Down-Phase und da kam so ein bisschen der Erfolg wieder, drei Säge vor der Winterpause und dann war der erste Torwart wieder fit. Aber dennoch hat er mir den Vorzug gegeben. Hattest Du es geschafft, in dem Moment, wo er sagt, er hatte sich vorher nicht eines Blickes gewürdigt, auch eine persönliche Komponente herzustellen? Dass man sagt, man hat sich angenähert, aufgrund der Leistung vielleicht? Oder war er trotzdem noch, merktest Du, Du warst... Ja, definitiv hat sich seine Ansicht dann natürlich um 180 Minuten gedreht, weil er dann gesehen hat, ja, auf ihn kann ich mich verlassen, jetzt brauche ich ihn. Ich gebe ihm doch nochmal vielleicht ein paar Zeichen, rede mit ihm, gebe das Selbstvertrauen. Ist natürlich, Profifußball ist ganz eiskalt, ja. Ja, wir sind halt wie Marionetten ein bisschen, wenn ein Trainer dich braucht, dann braucht er dich und dann funktionierst du auch so. Das ist ja so ein bisschen noch mein Kritikpunkt an diesem Profifußball. Das Geschäft zeigt sich ja meiner Meinung nach so, dass wahnsinnig große Masse an jugendlichen Spielern hin und her geschoben werden, in der Hoffnung, dass einer zündet. Und wenn ich mit Menschen spreche, die dem Profifußball auch verbunden sind, die sagen, ja, einer von tausend, ne, das ist mal ganz oben. Und von diesen tausend sind halt 9,99, die auch zwischen Bezirks- und, sagen wir mal, Vierter Liga spielen. Vierte Liga ist wahrscheinlich auch noch gut bezahlt in Deutschland. Aber irgendwie ist das, finde ich, wie auch manchmal der Jugendliche um seine Zukunft betrogen oder die Zeit, in der man sich anders entwickeln könnte. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich spiele in der Regionalliga im unteren Mittelfeld, dann habe ich immer noch Hoffnung, vielleicht kommt ja ein Drittligist auf mich zu. Aber eigentlich, wenn ich 23, 24 bin, ist das vorbei. Und trotzdem glauben viele und hoffen noch daran. Und dann ist das Geld so, dass ich über die Runden komme mit Regionalliga-Einkommen. Und dann, da werfe ich den Vereinen vor, dass sie das nicht genug unterstützen, dass man sagt, okay, sieh zu, dass du was auf die Beine stellst jetzt. Also da könnte man meiner Meinung nach, gerade in Deutschland, mit dem Fußball im Hintergrund, alle sonnen sich immer im Erfolg von Mannschaften. Und da sind auch Unternehmen, glaube ich, bereit zu sagen, naja, dann machen wir eine Ausbildung statt drei Jahre sechs Jahre. Dann arbeitet der halt nur vier Stunden pro Tag. Aber dann heißt das, dass du auch sechs Jahre in dem Betrieb, äh, in dem Verein dann gebunden wirst. Ist natürlich ziemlich schwer, das Hand zu haben, ne? Das ist meine Idee. Dann nehmen wir deutschlandweit operierende Unternehmen, Rewe, DM und Co. Und die sagen, ob du jetzt in München meine Ausbildung machst oder in Düsseldorf, das ist uns egal. Na klar, ist es jetzt ein hehres Ziel. Aber meine Frage ist dahingehend, meinst du, die Vereine sollten mehr dafür tun, Jugendlichen einen Parallelweg zu beschreiten? Weil oft sehe ich, dass sie sagen, ich mache ein, zwei Jahre, konzentriere mich auf den Fußball. Aus den zwei Jahren wären vier, aus den vier Jahren wären sechs Jahre. Und dann sind die 28 und 30 und sagen, so, jetzt wird es knapp. Ich habe zehn Jahre keine Berufserfahrung. Ich habe maximal einen Realschulabschluss oder ein Fachabitur. Na ja, auf dem Arbeitsmarkt kann ich dann hoffen, dass ich eine Bezirksliga, einen Verein finde, der sagt, wenn du bei uns spielst, dann arbeitest du bei mir. Aber selten ist es dann der Beruf, den ich mir auch erwünsche. Ja, definitiv. Ich fand unser Projekt wirklich gut. Er hilft mir jetzt auf jeden Fall auch sehr weiter, weil ich die Chance habe, weiterhin zu studieren. Weil ich davor schon meine Fachhochschulreife hatte. Plus die Ausbildung habe ich die volle Fachhochschulreife. Aber du hast schon da recht, das sehe ich auch so ein bisschen kritisch, dass man in Deutschland wird die vierte Liga gut bezahlt. Wirklich gut. Man hat auch für den Momentum eine gute Situation. Man kann schön wohnen, man kann gut essen gehen. Man denkt, wenn man nicht dann bis übermorgen denkt, hat man ein gutes Leben. Aber was ist danach? Mit 28 kriegst du noch die Kurve, wenn du klar im Kopf bist. Aber dann wird es auch schon schwer. Meine Erfahrung ist, mit 30, die meisten Vereine auch sagen, in der zweiten Mannschaft von den Nachwuchsmannschaften wollen die keinen mehr, der über 30 ist. Und auch die unterklassigen Vereine, wo die erste Mannschaft in der vierten Liga spielt, die sagen auch, mit 30 ist so eine Schnittstelle, glaube ich. Ja, definitiv. Und wenn du dir dann überlegst, wenn du keinen Verein hast, dann ist es ein bisschen zu spät schon. Der beste Weg wäre, parallel dann noch zu studieren und parallel zu spielen. Ansonsten wird es schwer. Dann musst du dir auf jeden Fall ein Jahr Auszeit nehmen und schauen, was du machen willst. Weil du hast noch 35 Jahre vor dir zu arbeiten. Das sehe ich auch so ein bisschen kritisch, weil ich bin jetzt in der jetzigen Situation so ein bisschen. Aber da kommen wir ja auch. Genau, jetzt hinterfrage, was mache ich? Ich wusste schon eigentlich meine ganze Zeit, dass ich gerne bei der Polizei arbeiten würde. Ich habe mich jetzt eingeschrieben für den Bachelor für die Stadt Köln, da könnte ich jetzt im September anfangen. Aber meine Frau kommt aus der Schweiz, deshalb muss ich das so ein bisschen abwägen. Das ist jetzt ein Luxusproblem. Aber das spricht ja für dich, wie breit du dich jetzt schon wieder aufstellst. Du hast dich dort beworben, dort einen Platz und du hast mir gesagt, du hast wieder in Genf auch schon angefangen, ein Unternehmen aufzubauen. Mit meinem Schwager. Reinigungsfirma, wie ich raushöre, dass das für die Jugendlichen erforderlich ist, frühzeitig an das zu denken, was kommt. Definitiv, weil es kommt die Zeit, da wirst du nicht mehr Fußball spielen und da wird das Geld auch nicht mehr ausreichen, dass du deinen Lebensstil weiterführen kannst. Ich rate den Jugendlichen, gebt nicht euer Geld für die teuren Sachen aus. Die Louis Vuitton wird dir nicht auch euer Leben lang tragen oder die dicke Uhr. Bleibt normal. Am besten investiert in Immobilien oder kauft euch Aktien. Ich würde gerne drei Sätze sagen, die sind Punkt, Punkt, Punkt und du versuchst es zu vollenden. Wenn ich nicht Fußballprofi geworden wäre, wäre ich? Lehrer? Sehr interessant. Aber wahrscheinlich Polizist. Polizist in Köln, das wäre mein Traum. Ah ja, alles klar, danke schön. Rückblickend würde ich Folgendes anders machen? Anders machen würde ich nicht viel. Ich bin glücklich, wie es gekommen ist. Ich muss sagen, dass ich viel Glück hatte, wirklich froh bin, was passiert ist. Ich würde jeden Schritt eigentlich so machen, bis den heutigen Tag so machen, wie ich den gemacht habe. Das Bessere gibt es ja gar nicht, rückblickend. Und dann habe ich noch drei Dinge, die mir wichtig sind. Drei Dinge, die mir wichtig sind, sind auf jeden Fall Familie. Familie ist das A und O. Das ist dein Auffangbecken. Dein Support in schlechten Tagen. Zweitens ist ein bisschen Liebe, Respekt, sind Gefühle. Gesundheit, also die drei Komponenten, würde ich sagen, sind die Basis für alles. Wenn du lieb bist, nett bist, freundlich, die Tür aufhältst in der Schule, dem Lehrer oder deinen Klassenkameraden, ist nie verkehrt. Das wird sich irgendwann auszahlen. Gesundheit, dass du durch die Karriere kommst, dass gesund deine Eltern sind, dass sie lange dich supporten können. Respekt ist einfach auch für mich, wie du mit anderen Leuten umgehst. So solltest du auch erwarten, dass Leute mit dir reden. Und drittens einfach, mach Dinge, die dich glücklich machen. Mach nicht Dinge, die dich nicht glücklich machen. Und überlege einfach, nicht nur, was heute ist, sondern auch, was übermorgen ist. Du hast einige Pokale gewonnen, leider den DFB-Pokal nicht. Und einen Pokal gibt es noch, den du nicht gewonnen hast. Den schlieb ich immer aus, es gibt den Kakao-Pokal. Okay. Kakao-Pokal ist folgendes, ich hole mal die Kamera, damit du weißt, worum es geht, lieber Roland. Ist die von der Schule oder hast du die gekauft? Die habe ich extra gekauft, keine Kosten und Mühen gescheut. Also Roland, ich habe hier, wie du siehst, eine Torwand aufgebaut. Wenn ich einmal das Gefühl habe, Roland Müller zu schlagen, habe ich hier ein Bildchen gemacht. Sehr gut. Roland, das ist dein Debüt-Spiel auf St. Pauli gewesen? Genau, haben wir 4-1 verloren. Ah ja, okay. Ja, war für mich dennoch ein erfolgreiches Spiel. Ich konnte mich doch dennoch auszeichnen. Okay, Roland, mach eine Ansage, wie viel triffst du von unten? Ich würde sagen, zwei unten, zwei unten. Also ich fange jetzt erstmal unten links an. Alles klar. Nicht so einfach, muss ich sagen. So, drei unten hast du gemacht, ne? Drei unten habe ich leider gemacht. So, es geht um den Kakaopokal, ne? Nein, das stimmt. So viel zu mentaler Stärke. Den Druck hältst du gerade nicht stirnend, kann das sein? Der Ball ist größer als das Loch. Wenn du nochmal Interviews wirst und eine deiner größten Niederlagen wünsche ich mir, dass du sagst, den Kakaopokal hier verloren habe. Okay, drei unten, drei oben. Kein Druck. Das ist schon wieder Druck, der kein Druck. Oh. Oh, ja, ja, ja. Sehr gut. Da ist das Ding. Wow. Das ist übrigens der erste Kakaopokal, der ausgespielt wird. Der Kakaopokal bleibt hier. Ja, schade. Roland, also vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als das, es gab ein Interview mit Oli Kahn. Ja. Da wurde dann nach einer Widerlage gefragt, was hat der Mannschaft gefehlt? Was brauchen die? Und Oli Kahn aufbrausend und voller Energie. Ich weiß nicht, kennst du dieses legendäre Interview? Ja. Was braucht der? Eier. Eier brauchen wir, wir brauchen Eier. Und wir haben zu Hause Hühner, das sind frische Eier, wirklich, die sind da letzte Woche gelegt. Sehr gut. Deswegen, wenn Oli Kahn sagt, wir brauchen Eier, dann schenke ich dir vier frisch gelegte Eier aus Köln als großen Dank, dass du heute gekommen bist. Roland. Vielen lieben Dank, danke für das Interview. Viel Erfolg weiterhin bei deinem weiteren Lebensweg, dass du es so toll gestaltest und vielen Dank, dass du dir heute alles und berichtet hast. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Danke. Teil.